Nach Jahrzehnten ungelöster Morde in einer kleinen amerikanischen Stadt wurden die Ermittler erneut auf einen Fall aufmerksam, der die Gemeinde in Angst versetzte. Die brutalen Taten, die in den 1980er Jahren stattfanden, blieben lange Zeit ein Rätsel. Opfern wurden die Körper auf grausame Weise entstellt und es gab kaum Hinweise, die zur Festnahme des Täters führten. Mit dem Aufkommen von DNA-Technologie entschlossen sich die Ermittler, alte Beweise zu überprüfen. Bei dieser neuen Analyse stießen sie auf verblüffende Ergebnisse. Das genetische Material stammte von einem unbekannten Täter, dessen Identität durch einen DNA-Verwandtschaftstest letztendlich aufgedeckt werden konnte. Die Entdeckung des Mörders, der in der Nachbarschaft lebte und als unauffällig galt, schockierte die Bewohner. Der Prozess zur Gerechtigkeit enthüllte nicht nur die Abgründe des Verbrechens, sondern auch die Tragödien der Hinterbliebenen. Die Enthüllung dieser geheimen Identität sorgte für Aufruhr und schloss ein Kapitel, das viele für immer als unlösbar geglaubt hatten. Ein düsteres Geheimnis wurde endlich gelüftet.